Willkommen zu Saints 4, dem Irrenspiel mit dem vielen Rumspringen. Der Bruder ist auch wieder mit dabei und ich habe eine Aufgabe vom Bruder. Wui! Hallo! Was machen wir überhaupt? Weiß nicht, ich wollte mir grad schnell Munition holen und dann... Ach, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat. Schön. Dann müssen wir mit Kenzie, 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 Kenzie. Kenzie, 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 Kenzie? Kenzie, Kenzie, Kenzie? Ein bisschen entfernt. Das ist nicht der nächstbeste Waffenland. Da war ich hier dran ja gerade. Alles klar. Hab ich so verstanden. Wui! Oh, man. Die nächste Tür ist ja auch gar nicht so... Hier. Das ist ein Waffenladen? Ja. Ach, verdammt, ich bin doof. Ich bin dem blauen Feind da hergesprungen und hier niedern. Ach, ich wundere mich, hab ich gerade gewundert, warum da eigentlich eine Tür ist. Hallo Waffenladen. Da ist er. Oh, was ist... Ich glaube, dein Chat hat Spaß. So für sich, wa? Das ist schön. Das ist schön, dass ihr Spaß habt. Ich verlass mich da einfach drauf. Sag mal, warum hab ich eigentlich gar keine Granaten? Gab's hier nicht irgendwo mal welche? Nö. Gab's in diesem Spiel keine Granaten? War das so ein Vorgänger? Eigentlich gibt's ja Granaten. Ich weiß nicht. Äh, für dich eine Bargeld nicht nur optionale Aufgaben macht, gell? Könnt man sich nicht mal Geld abrufen? Wo ist das hin? Geht eigentlich auch, Bargeld, aber es ist noch nicht fertig. Ach so. Na gut, ich hab nämlich auf den Knopf, glaub ich, noch nie zuvor gedrückt, wenn er nicht ging. Da kam halt immer was. Ui. So, auf zum Schiff. Halt. Ich wollte noch den Chirurgen hacken, dann kriegen wir da mehr Geld. Du kriegst, glaub ich, mehr Geld. Ich glaub, die Hacking-Dinger sind so eine Einzel... Sicher? Nee. Ich weiß es nicht. Achts mal auf deine Anzeige gleich, ich hack das mal, dann müsstest du auch mehr haben. Also dann hab ich jetzt, glaub ich, 26 von 34 oder so. Na, ich guck mal. Wenn du es überhaupt schaffst, das zu hacken. Was, bei uns Videoeinleitungen sind immer noch am besten. Ja, die sind super, meine Videoeinleitungen. Ich bin da stolz drauf, so ein bisschen zumindest. Also ganz wenig. Was Dubstaming hat, wird mit bestimmten Spezifikationen wahnsinnig mächtig. Ich hab das ganze Spiel nur mit der gespielt. Wie hast du das geschafft, Mondquietscherente? Sind dir da nicht vorher die Ohren abgefallen? 27 von 34. 26 von 34. Da hast du eins nicht, das ich wahrscheinlich dann gehackt hab, als du nicht da warst oder so. Schweinerei. So. Auf in die Wirklichkeit. Und noch viel weiter. Huiiii. Achso. Ups. Ich hab voll die Kiste. Find ich gut. Was ist die Kiste? Voll die Kiste. Kennst du es nicht? Kiste? Arschkiste. Achso. 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 Es gibt eine andere Tür im Norden Westen. Es ist unglaublich, wie leicht es ist, die Programme in diese Richtung zu knacken. Also weiter geht's. Wir machen's. Okay, dann darf ich nur eine Tür geben. Neues Gateway freigeschaltet. Achso. Achso. Wenn wir schon mal auf dem Schiff sind. Easy. Bargeld. Gib Bargeld bei mir. Achso. Achso. Besiege die Sinntruppen. Besiege die Sinntruppen. Und Enter the Dominatrix. Ne, Enter the Dominatrix ist ein DLC. Das machen wir nicht. Ja, ich weiß. Den Kampf mit Santa Claus haben wir doch geschafft, oder nicht? Das haben wir doch beim letzten Mal. Das startet doch immer und immer und immer. Ja, ich weiß. Aber da steht bei mir, das wäre noch nicht abgeschlossen. Ja, ja. Das startet doch mal wieder neu. Machen wir White Light fertig? Das kannst du so oft machen, wie du willst. Was? Das ist ja doof. Äh, White Light? Okay. Ja. Korb-Ziemarkierung. Bla, 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 bla. Wo du eigentlich irgendwann mal zufällig erklärt, wo sie dieses Schiff her haben. Also, das hier halt. Ja, von den Sinnen geklaut. Ja, aber wie hat Kinsi das geschafft, das zu klauen? Was? Wie Burn heute auf dem Schlauch steht? Hat das was mit seinen soften Couchs zu tun? Ja. Okay. Dieses Target ist wie designiert. Vielleicht bekommst du ein bisschen Arbeit, während du da bist. Ich würde nicht sagen, dass du es brauchst, natürlich. Äh, äh? Oh, ich hab mir grad ein bisschen den Kopf eingerannt. Ein bisschen nur? Ach, man muss das wieder hacken. Äh. Warum stehen auf dieser Insel Strupper und komische Softdrink-Mannikiken rum? Weiß ich einfach nicht. Da weiß ich nicht. Ach, hacken, ja gut, das reicht ja nicht, wenn du das machst, oder? Ich muss halt eigentlich nur hinter... Ich muss da ja nur hinterher rennen. Frag an, Bro, wusstest du die... Also hast du schon mal beantwortet mit... Mann, wie auch mal das komische Darksys CEC heißt. Ich kann... Scola... 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 Scola of the first sin. Ach so. Du hackst... Ich steh luft daneben. Ich kann die Bullen rufen, wenn du möchtest. Nein. Verdammt, ich hab was falsch gemacht. Warum geht das nicht? Jetzt muss ich hacken, oder was? Ne, ich hab hier einen Teil zu wenig. Ja, ich werd grad beschossen, das find ich irgendwie nicht gut. Ja, leck die mal auf ein bisschen. Ne, ich werd beschossen. Da lenkt die mal auf ein bisschen, soll ich doch? Nicht Pause machen. Ich muss... Ja, aber ich komm hier nicht raus. Hilfe. Hm? Ich komm hier nicht raus aus der komischen Mini-Matrix hier. Hä? Hallo? Verschieden? Ich bin grad so doof. Löschen? Wie komm ich denn hier raus? Hallo? Ich komm hier nicht... Ich kann hier nicht. Ich werd von draußen beschossen. Ich komm aus diesen komischen Hekten, die ich nicht raus. Weiß ich nicht. Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Na gut, ich bin grad wieder zu doof zum Hacken, glaub ich. Ach, man kann das ja wählen, wenn man die Dinger verlegt. Und das macht's ja irgendwie einfacher. Was? Das wusste ich gar nicht, dass man das wählen kann. Wenn man das, äh... Also, dass man... Ich dachte, man muss die Teile so nehmen, wie sie in der Reihen kommen. Aber man kann das ja hin und her klicken. Oh, ich werde angeschossen werden. Kannst du was? Ja, ja, ich bin ja schon bald. Hab schon. Ne. So ein Dreck. Ich hab's... fertig. Du auch? Ja. Die Dinger sind 34. Ziel erreicht, eingehende Nachricht. Wie ist hier grad? Wer hat mir viel los? Ja. Ist das immer noch Eis? Ist das immer noch Eis? Kann mir was genau wieder umgestellt. Soll der eigentlich diskursiv sein. Der chillt. Ich hab grad total verwirrt, was das darstellen soll. Hö! Der schickt ja mal T2000 los. Ja. Die haben mich grad so ein bisschen überrascht. Wo ich hab immer, dass die komischen Roboter herkommen. Ich hab einen Clip hier. Du musst be mad, du gibst mich auf! Was haben die verbrochen hier immer? Ja, die wollen nicht, dass wir hier hecken. Mhm. Ach, guck mal. Oh, das ist ein Sticker. Eigentlich müssen wir auch gar nicht weiterkämpfen. Wir haben auch so ein Pest hier, wo wir achten. Anders sind wir noch nicht. Weiß ich nicht. Was macht der denn da? Lade den Virus hoch. Ja. Die 100 Meter Entfernung. Du hast ihn hier auch halt nicht. Kämpchen gegen das. Ich mein schon tot. Na gut. Du schaffst das schon. Ey, ich bin noch hier auf dem Boot. Ups. Ist er geplatzt? Yep. Down already. Wie cool. Wie cool sie halt mal ist, ne? Ja, das ist ja... Muss ja. Muss ja. Würde sonst das Gangster wahrgenommen werden. Oder als Präsident. Whatever. Was wir halt sind. Weeeee. All Heils Zyniak. Hier so. Ein paar Karten. Ganz groß. All Heil. All Heil. Ja, von mir aus Heil. So wie Hellstorm. Kennst du doch? Ja. Kenn ich. Und Hecken. Was? Ach, ich muss Leute erschießen. Oh, mach mal. Was zur Hölle? Ach, das sind sehr... Ach, das sind sehr... Ach, das sind sehr schnell Glitches, oder was sind das? Ja. Ich kann Y halten, um mit dir zu diskutieren. Wie denn? Anwerben. Wie kann ich denn Leute anwerben? Moment, kann ich hier eigentlich einfach random Leute anrennen und dann Y drücken? Geht das? Weiß ich nicht. Nö. Oder vielleicht Z? Nö. Alter, eben explodiert hier alles. Ich hab gar keinen Raketenwerfer mehr, das ist eigentlich sehr traurig. Die Autos hier, die sind voll am rumglitschen. Ich glaub er das muss so. Versiegel ist einfach nur krank. Nix versiegel ist einfach nur fertig. Du hast ne schöne Musik. Ich bin immer noch kein großer Fan von diesem rumglitschlaut. Das sieht irgendwie alles falsch aus. Ja. Es darf nicht so nicht sein. Nö. Nö. Es gibt immer Kettenreaktionen. Nö. Es gibt immer Kettenreaktionen. Nö. Dann kommen noch mehr Glitchautos. Alter Schwede. Geht hier ohne Ende du. Nö. 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 Ja aber das war das irgendwie irgendwie komisch anders, das mit ehh. Das ist immer DLC oder? Mkne j ja noch anders. Das hies da irgendwie das ähhh Jonny does bla 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 von Johnny Gap. Wenn ich dann nochmal was. Hm. Das war irgendwie kein richtig scraps! For halt von das pandario. Jo wir haben es geschafft. Ist ja schön. In Stream den letzten Code. richtig alles explizit ja ich hab nicht geworfen da ist noch so eine goldene kugel wollte mir die stripper sind immer noch da ich habe den schnitz den schnitz aha aha ich hab mir gerade die stripper hier angestellt ja pandarium of steam das auf trich sind es die kacknoobs quasi ja hier sind wir die kacknoobs burnout gehört jetzt auch dazu well offensichtlich kommst du rüber ich bin schon auf dem schiff wieder ja ich bin schon da mikrofon macht gerade quatsch ich warte nur auf dich da wird gleichzeitig mit kinsey quatschen weil das hört ja jeder fühlt sich individuell ist das doof 3 2 1 das macht eine dritte abend in der Stadt ich denke ich kann einen weckenden Platz finden also die kackioin reit war der Innenstadt richtig äh ja also ich trage mich so nicht was warte mal gibt wieder upgrades es gibt upgrades aber da hat sich das vielleicht in der Hinsicht für mich weil ich 30 habe level 30 tornado kann ich jetzt machen der super sprint erzeugt nun ein tornado effekt den gegnern der white shade of pale hecke rim jobs in steel mills ja das ist das rumhacken ist ja irgendwie immer das gleiche das ist ja irgendwie das wir haben es ja bald dann haben wir alle gehackt und dann haben wir richtig kohle und dann können wir uns alles kaufen was wir wollen 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 wie gesagt kacknoobs ist ein fetisch kackpoops nicht noobs kackpoops achso ii hier und hier wird er gebeten hinterm alter wird werden sie richtig Prozent wo es jetzt dieses Prozent Missionsdingen sie da zum nächsten in die er wird eine überraschung aus das ist ja schön auch noch ein neues ist das war Hacking die Spannte die Gefährdung was für den Einzelnen ist überraschend das wird schon mal ja wir machen euch um durch die Europäische kann ich auch gar nicht wir können so nötig ist ich kann versuchen Du trägst es nicht. Äh, mir fällt gerade auf... Du hast das schon gemacht, dann kann ich das hier auch lassen oder? Wie kann ich denn das Heck wieder abbrechen? Das geht gar nicht. Ja das ist total dämlich, dass wir das hier abbrechen können, ohne Witz. Das ist echt dämlich, der von sich erbringt. Ja, das weiß ich nicht. Das ist wirklich dämlich. Haust du mich gerade? Nein. Ich bin schon längst weiter. Ich bin gleich am zweiten Hacking-Spot. Schön, ich hänge immer noch an diesen Ding. Das ist eine Fehlentwicklung, dass man hier nicht rauskommt. Kann sein, dass du gerade angebaddert wirst von dem. Nö, ich nehme... Das passiert mir ständig, das ist total nervig. Nö, ich nehme auch keinen Schaden gerade, das geht schon, aber... Hm. Aber ich krieg den Hack sowieso nicht hin. Warum nicht? Weil ich zu doof bin. Weil ich zu doof bin. Einfach, weil ich zu doof bin. Ich mach's mal hier. Äh. Ich bin hier auch gerade wieder allerliebst, die Dinger. Das Hack-Dings? Ja. Ja, zum Glück ist es in 30 Sekunden vorbei. Muss ich mich mit diesen Niedel nicht mehr auseinandersetzen. So, 30 von 34 hab ich jetzt. Gizet. Oh, ein Painter. Ich initialisiere Virus-Injektion. Schön. Zieh der zurück, oder wat? So, 13 Sekunden vor Schluss hab ich den Hack für mich selber auch noch geschafft. Schön. Hast du den anderen mitgezählt bekommen? Ja. Oh, dieser Vortex ist ja witzig. Oh, wir müssen jetzt hier den Virus hochladen. Jo, ich komme ja schon. Es ist einfacher, wenn man von hinten anfängt. Ich hab' den Schnock 2015. Ah. Der mit Abstand war ein lustigstes Moment. Das ist Abschluss wie ein Burnys gesingen mit dem Staubsauger. Ja, das war dem halt wichtig, sauber zu machen in dem Moment. Ich hab' da mal ein bisschen Respekt für. Staubsaugen ist wichtig. Ja, ist auch. Sagt ja keiner was gegen, aber es war lustig. Was war denn das überhaupt für ein Abend? War das ein Sonntag? Ich glaube, es war vor Silvester. Was war denn das? Ein Sonntag war der Abend, wo ich dann noch weg war. Da war ich echt spät, als wir zu Hause. Also, weil wir hatten dann noch Besuch und dann haben wir entschieden, wir könnten eigentlich noch mal irgendwo hingehen und dann da und so. Wie das halt so ist, mit so einem Namen. Puff. Oh, ich hab mich getroffen. Warum fliegen ja Autos von... Von... Also, wirklich. Warum fliegen ja Autos von oben? Was ist denn? Das ist ja Störrieportale. 12 von 30. Was ist für einer? Alter, du komische Bulle, was gingst du denn von mir? Ha. Boom. Hey, wir haben es geschafft. Okay. 9 von 24, oha. Wie weit gehst du denn noch? Mit Kinsey auf dem Schiff treffen, du olle Zippe. Ja, das ist ja irgendwie immer. Warum hab ich denn jetzt nicht mit Kinsey auf dem Schiff treffen? Äh, äh... Warum hab ich das jetzt nicht? Jetzt. Wie weit gehst du zurück, ich sollte den zweiten Schiff in der Innenstadt online haben. Ein zweiter Eingang in der Innenstadt. Ach, das ist ja ein Ding. Diese Vortex... Oh, diese Vortex-Fähigkeit von diesem Schnelllaufen. Das sieht aus. Ja, das ist komisch, ne? Du müsstest mal direkt hinter mir laufen, einfach nur, um zu sehen, was da alles durch die Landschaft fliegt. Das ist super. Mach ich auch die ganze Zeit. Ich spring gar nicht mehr so viel. Ich lauf jetzt nur noch, weil es lustig aussieht. Ach, immer Zerstörung. Das ist die einzige Simulation, die wir haben. Ja, die wird doch wieder hergestellt, meine Güte. Also Kinsey steht hier direkt neben dem Eingang. Kommst du? Ja, warte. Nee. So. Der Joe mit seinen ganzen Angeber-Emotes. Hat wieder alle möglichen Leute abonniert, oder was? Ja, ja. Eins. So siehst du Kinsey, ich muss hier runter, weil hier. Entspannend sind hier hier. Das ist ein Stück Kacke. Ich mache die meisten von der Arbeit. Hä? Achso, hast du schon. Ja. Und du? Neue Quest? Nee. Äh, wie heißt es, wenn wir mal die Hauptquests müssen, bei das Spiel mal wieder gleich? Wir wollen ja auch mal fertig werden, mit Zähnens, wo ich ja. Anomale Messwerte. Oder White Wedding, aber das ist... Anomale Messwerte, komm, wir mal halt. Stelle in Superkräfte. Fight Club, dann Mut auf die Probe. Machen wir das halt mal. Kommt jetzt wieder der komische Lutschadoro-Typ aus dem letzten Teil. Der Lutscher. Ja, genau der. Oh, Zocker-Lady hat Pfannkuchen. Pfannkuchen. Mit Sirup. Als Emote. Und wer hast denn den? Kobalt-Team. Ach, Kobalt-Streak. Guckst du den? Wegen Isaac, oder was? Isaac! Isaac! Ja, Kobalt-Streak ist krass. Sind die Taktos auf der Gamescom? Äh. Dieses Jahr? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Mal gucken. Liegt ja nahe, ne? Für dich, ja. Belgien ist ja nicht so weit Deck von Köln. Eben. Oh, was ist das denn? Super, Power, Fight Club. Die Regeln sind einfach. Survive! Each round bittet the player against tougher and tougher enemies. Probe your worth. And you'll be rewarded with a... Boss-Battle! The faster you finish, the more points you get. Let's go to the floor. Die Kack-Nobbs-FDW sag ich nur. Oh. Hast du noch Sequenz? Weil ich hab'n Black Screen. Na, lade-Screen. Jetzt bin ich wieder. Der Boss ist übrigens... Ich bin der Boss. Willkommen zur Super-Power-Fight Club! Drei Minuten, okay. So, wir sollen wir mit Super-Kräften kämpfen? Okay. Aber ich glaub' hier die Chinese wär' hier die bessere Variante, oder? Wave one! Fight! Still think I'm just a free face. Steel Bolt is all mine. Was ist denn das für Welle da? Hm... Sie explodieren nicht, soviel dazu. Och, das... Wave one! Complete! Das war die erste Welle, das ist ja schön. Schau'n wir doch locker in drei Minuten, oder? Wave two! Burning Man! Burning Man? Burning Man? Burn Out? Was denn? Burn Out Man? Burning Man, nicht Burn. Die werden vielleicht einfach mal Burn Out Man sein, aber... Aktuell sind sie es nicht. Das ist so wie hart die zu hauen, weil die Brennen da halt irgendwie... Das war schon die Welle. Wirklich Super-Kräfte immer schon einsetzen. Willkommen zur Arena! Nightblade! Was, Nightblade? Jetzt schon? Oh! Wer ist die denn? Oh! Ich hab sie grad ein bisschen aufgespießt, die Alte. Die halten... Die halten ein so'n Explosions-Dings aus. Noch eins? Once again, I am dryumfund? Die können auch so schnell rennen. Was soll denn das? Ich mag diese Podeste nicht, wo der... Wo man nicht von unten hoch springen kann, weil der Pfeiler so doof ist. Ach, da ist Nightblade! Ja. Ist der denn so mobil? Ist der mit ihm nicht richtig? Ach... Kann man den einfrieren? Man kann den verprügeln! Ich wollte den einfrieren! Ich bin... Defeated! Ach, das war's schon! Hey! Gold! Dumm 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 dumm! Das war ja einfach! Was Burn eventuell auch? Müsst ihr euch dann auf der Gamescom erkennen geben... Äh... Zuerkennen geben! Hab ich gemacht vor zwei Jahren. Hab gesagt, ich hab grüne Schuhe an und hab Känguru, weil... Keiner hat mich erkannt. Einer hat dich erkannt, hast du gesagt? Ja, gut, einer hat mich erkannt. Der ganz schüchtige Faden... Entschuldigen Sie, sind Sie Donald? Entschuldigen Sie! Ja... Oh ja, der Wiki ist am unauffälligsten. Vor allem, weil er jetzt... sich bald zeigen wird. Achso, das hat er offiziell noch gar nicht gemacht. Äh, wie muss sein! Das war's mit Saints Row for heute! Macht's gut, bis zum nächsten Mal! Tschülüüüüüüüüü...